Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Xenonauts 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht, ich bin mal wieder am Ladebildschirm und gleich auch bei der Extraktionsmission. Wir machen also einen Extraction-Shooter im ISO 2D-Format oder so. Gut, wir waren hier stehen geblieben. Wenn ihr das in der Reihe anschaut, werdet ihr ein paar Sachen noch wissen. Ich persönlich nehme immer staffelweise auf, das heißt auch hier wieder zwei Folgen am Stück. Wir haben hier einen Toten, irgendwo haben wir noch selber einen Verwundeten. So, der hat aber kein Medipack, das heißt, den würde ich jetzt erstmal... Die Frage ist, wie weit kann ich den laufen lassen? Okay, da ist keiner. Drehen. Okay, da ist auch keiner. Wir können wahrscheinlich hier entlang. Hier hinten kann ich nicht reingucken. Das heißt, ich würde jetzt an der Stelle... Lass mich überlegen, wie laufen wir denn? Da war was, das heißt, hier wird auf jeden Fall einer sein. Hier ist einer, hier ist einer. Mit denen würde ich jetzt gerade überlegen. Da sind zwei Feinde. Drei, denn er ist schon tot. Da drüben gab es Schusswechsel. So, pass auf. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen... Hier kann man beispielsweise hoch... Warte mal, war das nicht so? Ich kann da hochklettern. Ah, die Frage ist, kann ich da hoch? Macht er das? Ah, hier geht's hoch, okay. Das lässt er nicht zu, okay. Aber immerhin, kann man dann gucken, ja. So, ich würde aber trotzdem dann hierher... Da wird er hundertprozentig durchschießen. Ich sehe es doch. Komm, dass er da durchschießen wird. So, das heißt, ich könnte jetzt hier hoch und von oben Stellung beziehen. Die Frage, die ich mir stelle, habe ich einen Scharfschützen dabei? Nein, das bringt mir also gar nichts. So, die Thematik wird sein, hier wird irgendeiner stehen. Wieviel hat denn der noch hier, der Kollege? Sechs. Wie viel brauche ich hier? Zwei. So, das habe ich hier, den der Schusslinie. Das heißt, ich muss mit dem hier... Warte mal. 38. So, kriege ich den? Ja, den kriege ich. 34. Ja, gib ihm. So, die geht jetzt aber in Deckung. So, und den lasse ich jetzt hier hinlaufen. Oder sie lasse ich da hinlaufen. Die Feldwebel, den Feldwebel, die Feldwebel. Wollen wir gendern oder wollen wir nicht gendern? Das habe ich in 24. Mhm. Das ist die Trefferquote. Ist halt nicht so berauschend, ja. 27 Prozent. Hat aber gereicht. Perfekt. Hat gereicht. Sehr schön. So, das ist das hier. Das heißt, die haben das jetzt schon. So, wo bin ich? So, das ist der hier. Ich müsste jetzt praktisch hier hinlaufen. Ich könnte ihm jetzt an sich eine verpassen mit 52-prozentiger Sicherheit. Oder ich werfe ihm eine Granate hin. Das braucht 35. Und das habe ich dann noch, warte mal. 14. Das würde sogar reichen, wenn er dann immer noch stehen sollte. Pass auf, wir machen mit 14. Okay, hat nicht getroffen. Dann schmeißen wir die hier, komm. Na super, hat er voll was gebracht. War volle Kanne was gebracht, so. Jetzt pass auf, wir lassen den da hinlaufen. 39, so. Pass auf, dann schieß du bitte hier hin. So, hm. Kann nicht, okay. Das ist natürlich doof. Das heißt nämlich für mich, äh... So, wie weit bist du? Du könntest jetzt rein theoretisch da hinlaufen. Hättest noch 11. Das bringt gar nichts, 11. Da wären es noch 10. Hier, dann laufen wir da hin. Und du gehst in Deckung. So, was ist es mit dir? Schrotflinten-Heini, Schrotflinten-Johnny. So, wir können hier reingucken. Das können wir aber relativ schnell machen, indem wir jetzt... Warte mal, wie viel habe ich? 10. Kommt er da rein? Ne, kommt er nicht rein. Da kann er auch nicht hingehen. Die Frage, kann ich hier rein? Äh, sieht er mich wahrscheinlich, ne? Ah! So, was sieht's mit dir aus? Du hast 45. 3 hat er dann noch. Das ist echt übel, ne? So, pass auf. Ne, genau. Die wollte ich eigentlich jetzt hier rüber lassen. Hier rüber laufen lassen. 34. So, krieg ich den. 29, super. Also, das geht ja nicht mehr. 40 Prozent. Und wenn ich jetzt hier mache... Brauche ich 37. Aber ich könnte den hier wählen. Und dann wird's reichen. Ja, 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 nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Machen wir, ne? Ist schon okay, ne? So, achten wir her. 16. 11. Okay. Hat sich natürlich wieder erledigt. So, gut. Dann nächste Runde. Jetzt werde ich... Wieso ist der tot? Hab ich irgendwas verpasst? Da sind zwei. Er leidet fünf Schaden. Boah, die sind richtig gut. Oder ich richtig schlecht. So, der blutet hier, der da. Der hat natürlich kein Heilpack. Wie geil ist das denn? So, den muss ich aber heilen, weil er verliert pro Runde eins. Oder was, ne? Aber überhin haben wir den. Okay. Gut. Das ist ja echt übel. Ist die tot hier? Warte mal, wir sind die tot? Ich hab zwei Tote schon. Leck mich doch am Bobbes hier. Was hat der? 34. Ist 38. Da muss ich wohl, oder nicht? Okay. Hat sich erledigt. Dann geht bitte... Der hat auch keine Waffe. Der Pack. Dann sag mal her, der Inventar. Ah, hier hast du das Inventar. Okay. Dann gehst du bitte hier hin. Dann holst du dir das. So, die sind weg. Die sind eliminiert. Ich weiß, dass der hier ein bisschen blöd macht. So, was hat er denn jetzt? Gut, der ist auch erledigt. Ich weiß, dass da einer ist. So, du hast ein Medipack. Die kannst du nicht mehr retten. Den können wir noch retten. Aber ich würde trotzdem mit dem jetzt... Lass mich kurz gucken. So, was ist mit dir? Kommst du da? 45. Du kommst da nicht hin, ne? Zu dem hier. Der könnte aber entgegenkommen. Ah, der hat aber auch hier Medipack. Ah, pass auf. Ich lass den hier mitlaufen. So, wo ist der hier? Da geht das schon gut los, ne? 11% Trefferchance. 10. 7. 4. Und einmal Deckung machen. Gut. So, was ist mit dir? Dich krieg ich nicht, wenn ich da lang laufe, ne? Ah, komm. 30, 13. 17 bräuchte. 6. Es reicht, um danach in Deckung zu gehen. Feind entdeckt. So, 24. Du bist jetzt hier hinten. Du könntest jetzt hier... Kriegst du den? Ne, 0%. Deckung. So, da haben wir noch einen Feind. So, das ist okay. Dann laufe ich mit dir... ...hier hin. So, Deckung haben wir das. Nächste Runde. Ist schon wieder einer gestorben. Verfehlt. Gut, jetzt krieg ich den zwei. Echt jetzt? Ah, es ist, äh... Ja, kann man machen. Muss man nicht. Leidet fünf Schaden. Ah, fünf Schaden. So, pass auf. Du läufst bitte. Inventory. Was? Ah, hatte ich genug Bewegungspunkte. Super. Wie viel Leben hat der noch hier? Der hat 19 Leben. Fünf kriegt er abgezogen. Pass auf, ich lasse dich jetzt mal da hinstellen. So, du gehst bitte hier hin. Nimmst dir die Tasche auf. Hier, bitteschön. Ah, und heilst den hier. Du hast nicht genug Zeit, dein Heid. Das ist okay. Das ist aber in Ordnung, weil dann habe ich den geheilt. Und dann holst du dir gerade nochmal einen. So, pass auf, wo haben wir denn den nächsten? Der ist hier. So, kriegst du den jetzt hier, ne? Dann gehst du mal hier weiter vor. So, aber jetzt kriegst du den, oder? 35 Prozent. So, läuft's. Watt? Echt jetzt? 72? Das ist ja echt blöd. Okay. Gefällt mir gar nicht. Der muss aber herlaufen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. So, lass mich kurz gucken. 18, was hat der? 45. Oder wir laufen hier hin. 18 und dann... Hm, 12. 55 Prozent. Hier, das hier. Wird passen, oder? 50. Mhm. Ja, das hier ist dein Weg. Oh, der ist erledigt. Der macht keinen Ärger mehr. So, und dich würde ich nämlich jetzt pauschal... Sag mal her. A-3. Ah ne, den da wollte ich doch haben, hier. Sag mal her, wie weit kannst denn du laufen? 22. Und somit hätte er noch auf 16 übrig, ne? Oder ich lass ihn hier hinlaufen. Und lass ihn dann schießen. Aber mit 24. 24. 24. Reicht immer noch nicht. Dann mit 16. Es ist aber knapp. Wenn ich da nicht richtig treffe, ist... Boah. Das ist mir zu risikoreich, würde ich sagen, ja? Definitiv zu risikoreich. Außerdem habe ich zwei schon tot. Das heißt, ich hoffe, dass der überlebt. Und den muss ich auch irgendwie... Äußer dann, wer ist denn das? Ah, das ist der hier. 13. Okay, der läuft. Gut, der kommt hier rüber. Hier habe ich noch eine Tasche. Dann kann er sich beim nächsten Mal heilen. Dann kriege ich die geheilt. Den heile ich jetzt als nächste Runde. Den heile ich dann gleich. Dann sind die geheilt. Es sind zwei gestorben. Und einen habe ich bekommen. Also... Ah, die Bilanz ist nicht so gut. Was ist mit dir? Warte mal, ich könnte dich... 23. Warte mal. Hier könnte ich ihn rüber machen. 23, 20. Dann könnte ich doch mit 16 schießen, ne? Ja, komm. Weil wenn der nämlich läuft... Dann sieht er den und kann den wenigstens schießen. Da würde ich sagen, Runde beenden. Ach, guck mal, der läuft in die Richtung. Als hätte er das gewusst. Okay. So, pass auf. Jetzt geh mal den hier. Du nimmst bitte den hier. Heilst den. 17. Was hast du da noch was drin? So, die Frage ist, wie weit kommst du? 21. 14, weiß ich nicht. 18. Okay, ne, der muss draufstehen. Super, der hat keine Heilpäck. Ah, super. So, dann gehst du bitte in Deckung. Oh, also, dann hast du nur noch zwei. Okay. So, pass auf. Dann würde ich dich da. So, der muss hier irgendwo sein. So, das heißt, ich würde dich hier... Genau, dich hier lasse ich jetzt mal hier hinlaufen. Warte mal. So, dann müsste ich jetzt sehen, genau. Und jetzt darfst du ihm gerne mal eine mitgeben. Bitteschön. Echt jetzt? Ist doch nicht dein Ernst. 27. 30. Ne, ist egal, wie das läuft. Ja, komm. Und dann darfst du ihm auch was mitgeben hier. So, und dann gehst du jetzt. Mission abgeschlossen. Sehr schön, wir haben es geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es in der Form schaffen, aber hey, so what? Nehmen wir mit. Ähm, wir hatten zwei Tote. Ähm, das heißt, wir haben drei gerettet. Wir haben ein, ein mehr bekommen. Ist jetzt nicht persönlich dicke, muss ich leider sagen. Das tut mir auch leid, dass jetzt zwei gestorben sind. Äh, aber gut. Ähm. Ist bis ist. Kann man nichts dran ändern. Ja, aber dafür haben wir jetzt ein paar Leichen mitgenommen. So, verletzt, verwundet, verwundet. Wir haben, wie gesagt, zwei gefallene. Der Hauptfeldwebel ist weg. Und der Gefreite. Ach, der, gerade den Frischling, der ist auch weg. Ja. Ähm. Geiler Käse. Überlebende Zivilisten. Fünf. Einer, also. Einer von fünf? Ist nicht viel, ne? Zwei von neun habe ich verloren. Ein von, achso, ein von fünf habe ich verloren. Genau, zwei von neun. Also das sind die, ähm, neun waren es in Summe. Genau. Passt. Also einen Zivilist habe ich verloren. Das ist okay. Da kann ich auch nichts dafür, wenn sie mir irgendwo durch den Weg laufen. So. Sehr schön. Ah, guck mal hier. Äh. Abfangjäger starten. Verlangsamen und auf Ufo zentrieren. Was ist das hier? Okay. Abfangjäger starten. So, das ist das hier. Kann ich da was? Warte mal. Ähm, schließen. Warte mal. Stopp. Hier. Equipment habe ich schon. Na, guck mal. Habe ich doch. Ja. Da kann ich nichts dran setzen. Aber hier habe ich Equipment. Den habe ich dran. Das habe ich dran. Und das habe ich dran. Rüstung. Ah, das ist Rüstung. Equipment Hardpoint. Wird ein Flugzeug mit einem Treibstoffkapsel ausgestattet, erhöht es die Reichweite um 15%. Das ist die Gatling Gun. Und das ist die Panzerung, die ich habe. Ah, achso, das ist das hier. Okay. Okay. Hm. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Habe ich das schon produziert? Lass mich kurz mal gucken. Wo war das hier? Äh, Luftwaffe. Ach, das war die, ach, das war die, die Panzerung, genau. Die Sidewinder habe ich noch gar nicht. Stimmt. Die habe ich noch gar nicht. So, da würde ich selber sagen, produziere ich zwei davon. So, ich gehe aber zurück auf die Weltkarte. Und fange den jetzt einfach mal ab. Mal probieren wir mal. Abfange ich ja starten. Flugzeug starten. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Äh, was incepted by Hardwoofer, but target has moved beyond the radar range. Ähm. Zur letzten bekannten Position. Okay. Äh, wir haben den letzten bekannten Wegpunkt gefunden, haben aber nichts bekommen. Okay, zur Basis zurückkehren. Fertig. Ah, da kommt's wieder. Äh, jetzt mal... Ui. Hier. Da ist das hier. Die haben jetzt hier ein bisschen Ärger gemacht. Da kann ich jetzt aber gar nichts machen, denke ich, ne? Aktuell. Kann ich gar nichts machen, ne? Und hier unten. Guck mal. Radar Anomalie. Aber ich kann jetzt auch nichts machen, ne? Weil ich noch nicht entsenden kann. So, wir gehen mal rein. Also, wir haben das hier. Das haben wir. Das ist das, was gerade noch gebaut wird. Äh, es gab schon... Das ist auch schon ein Grund, weshalb die Tür geschlossen war. Ist okay. Mhm. Der produziert... Soldaten. Wir haben auch 25. Wir haben eine Kapazität... Oh. Ui. Ähm, das heißt, ich brauch noch... Ah, Unterkünfte. 15 Tage. Das ist natürlich... Ach so. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebraucht, ja? Wahrscheinlich nicht. Äh, es tut mir leid, dass... So, hier so... Ähm... Also, Ausputzer haben wir 10. Sektionelle Leichten haben wir 6. Ausputzer, Maschinenpistole. Die können wir verwenden, aber wir können sie auch verkaufen. Den Mars haben wir. Die Wächterdrohne haben wir. Die Panzerung. Ähm... Alien... Magnetgewehr. Ach, guck mal. Magnetgewehr. Alien-Legierung haben wir. Guck mal. So, was haben wir denn hier? Das ist das hier. Das haben wir. Mh, 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 mh. Ich will halt mich kurz gucken. Da kann man nichts mehr bauen. Der ist, wie gesagt, hier mit dem Xenobiologie beschäftigt. Und ansonsten habe ich hier... Aber warte mal. War da nicht irgendwas? Reicht noch nicht. Wir haben 10, braun aber 20. Okay, mehr haben wir aktuell nicht. So, dann lass mal weiterlaufen. Gut, dann Basisanzeigen. Bau ist abgeschlossen. Ähm, was war es hier? Das war das Training Center. Okay. Ich will mal gucken. Rekruten. Ich weiß, ich habe hier gerade... Okay, wir haben schwere Kämpfer. Ähm... Sturm nehmen wir jetzt dazu. Seahawk. Und den Mars nehmen wir dazu. Ah, guck mal. Der nimmt natürlich den Platz weg, ja. Das ist natürlich klar. Wenn wir das Ding mitnehmen, dann nimmt es unseren Platz weg. Okay, wir haben Schütze, Schütze, schwerer Kämpfer. Aha. Sturm. Wir haben keinen Scharfschütze. Merkt ihr das? Wir haben gar keinen Scharfschütze. So, wir haben Zielen. 80. Das ist okay. 69. Dann würde ich dich jetzt hier zum Scharfschützen machen. Das ist natürlich echt übel. Ich habe meinen Scharfschützen verloren. Das ist ja... Pfff. Ei, 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 ei. So, was haben wir denn hier aktuell? Sieben, acht. Ähm. Schwerer Kämpfer. Ich würde sagen, nehmen wir zwei schwere Kämpfer. Was haben wir denn noch hier? Schwerer Kämpfer. Lass mich kurz gucken. Scharfschütze. Schild. Wir haben doch gar keinen Schildtypi, ne? Das Schild ist auch weg. Weil, ist die uns gestorben? Anni, die ist hier unten Schild. Die brauchen noch Regeneration. Die Schild ist noch nicht tot. Okay. Gott sei Dank. Wir haben... Ich würde sagen, wir machen den hier rein. Und du bist aber auch, äh... Grenadier. Aha, okay. Was bist du? Grenadier. Ah, Fump. Das ist der Fump, Mann. Kennt ihr Fump? Wenn... Wer von euch Division gespielt hat, der kennt dieses Geräusch. Fump. Ah, der Fump. Fump finde ich gut. Also, wir haben einen Grenadier, wir haben einen Sturm, wir haben einen Scharfschütze, wir haben einen Schwerenkämpfer und wir haben Schützen, Schützen, Schützen. Und last but not least nehme ich dich hier mit. Du bist ja echt schlecht. Ah, du bist verletzt. Ihr seid alle verletzt, ne? Ihr seid alle verletzt. Das muss ich halt auswählen, welcher nicht ganz so verletzt ist, ne? Ah, okay, gut. Dann geht's weiter. So, taktische Mission. Panik Level 20 in Afrika. VIP extrahieren. Die Ausputzer versuchen, einen Journalisten zu eliminieren, der ihre Aktivitäten untersucht hat. Wenn wir ihn jetzt, wenn wir ihn retten, könnte er uns mehr Informationen über die Struktur der Außenstation nennen. Jawohl. Dann würde ich sagen, Mission Briefing anzeigen. Ziel ist es, den VIP zu retten. Ist er, stirbt er, haben wir verloren. Relativ einfach. Gut. Dann würde ich sagen, wir entsenden den jetzt. VIP Extraction, genau. Luftfahrzeug starten. Jawohl. Ihr bleibt so, wie ihr seid. Oh Gott, sind die verletzt. Es tut mir so leid. Ja, komm. Dropschiff starten. So läuft. Fupp. Sehr schön. Taktischer Kampf beginnen. Jetzt kommt wieder unser Bup, 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 bup. Unser Teppichklopfer. Oder die Banane. Banananane. Ich muss immer an die Minions denken, ne? Banane? Bappi! Entschuldigung. Ah, ich wäre wieder unsinnig. Da komm. Gut, wie gesagt, es ist Early Access. Du darfst ruhig ein bisschen länger laden für eine ISO-Grafik. So, nochmal kurz die Mission. Und wir sind hier. Ach, ist das unser VIP? Und wo müssen wir hin? Wissen wir nicht, ne? So, dann würde ich dich aber mal pauschal... Da können wir reingucken. Ah, siehste. Was haben wir noch? 16. Ah, ein Tipp im Vorfahren. 52. 49. Reicht. Viel Spaß. Verfehlt. Verfehlt. So, jetzt gucken wir mal. Du bist der Scharfschütze. Und dann würde ich dich bitten... Ach, nachladen ist das hier. Munition der ballistischen Waffe. Ach, das habe ich noch nie gemacht. Habt ihr das schon mal gemacht? 50. Okay. 49%. Das ist nicht gerade viel, ne? Ha, 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 ha. Ich sag, ja. So, komm. Hm. So, es tut mir leid, dass ich euch in gewisser Art und Weise opfere. So, hier gibt es also nichts hier. Ich drehe mich mal um die eigene Achse. 19. So, dann gehst du dahin. Okay, du guckst dahin, würde ich sagen. So, dann kriege ich den, wenn ich mich dahin stelle. Weiß ich nicht. 44. Ja, blutet. Sollte, sollte funktionieren. So, jetzt gehen wir hier ein Schicken weiter. So, 17. Das ist natürlich jetzt echt bescheiden. Okay. Okay. Haha, ist ja okay, gut. So, der Rest, würde ich sagen, bleibt jetzt da, wo er erstmal ist. Weil den muss ich schützen. So, Runde beenden. Der hat schon mal eine kugelsichere Weste an. Das ist schon mal etwas, was... Gut, okay. Kannst du nochmal schießen? Gut, hat sich erledigt. Sehr schön. Dann darfst du fahren. Acht. Gucken wir mal. Hier ist nichts. Sehenfalls kannst du hier nicht gucken. Dann gucken wir da hin. Das sieht gut aus. So, dann würde ich sagen, du läufst da hin. Du läufst da hin. Nein. Du läufst da hin. Du läufst da hin. Okay. So, dann würde ich sagen... Hier kann ich übrigens hoch. Scharfschütze. Jänner hier. So, komm. Du gehst bitte aus Dach. Na, super. Geht ja schon gut los. Du kannst nichts zu schießen, aber du bist Gott sei Dank jetzt nicht... Du bist zwar verletzt, aber jetzt nicht, dass du stirbst. Dann hock dich mal hin. Dann bist du nämlich hier weg. So, gut. Halt. Da musst du echt aufpassen. Dass du da richtig drückst. Ansonsten hast du da echt verloren. So, lass mich gucken. Das ist die Nachhut. Die hat schon. Vier. So, dann würde ich sagen... Dich packe ich hier hin. So, hier hingucken. Du guckst in die Richtung. Und dann kann ich einmal pumpen, wenn es soweit ist. So, das sind die hier. Die könnten jetzt noch ein bisschen laufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das will. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich muss ich da hin in den LKW. Ne? Ah ne, da ist mein Hubschrauber. Also in die Richtung muss ich. Das heißt, ich würde jetzt... Pass auf. Wie viel habe ich denn noch? 31. Acht. Das ist gut. Minus 1. 20. 1. Okay, gut. Sehr schön. Da habe ich jetzt gerade gesehen. So, das sind zwei Stück. Also die stehen jetzt logischerweise hier in dem Weg. Und der muss ich wahrscheinlich aufs Gebäude hoch, so wie es aussieht. Ja? Das geht nach oben. Kurz nach oben gehen. Ja, und da geht es wahrscheinlich noch weiter hoch, ne? Ja. So, die ist hier oben. Ich denke, hier hinten wäre mal... Vielleicht ist da hinten was versteckt. Ich weiß es aber nicht. Aber wir sind durch. Dann würde ich sagen, Runde beenden. Jetzt mal gucken. Wo die Reise hingeht. Feindliche Aktivitäten. Echt jetzt? Die stirbt mir da oben weg. Obwohl sie geschützt ist, ja? So, pass auf. Du hast kein Medipack, ne? Also, ich muss dann hier runter. Das ist ja doof. Das ist ein bisschen doof gemacht. Super. Bleib da. Sonst gehst du mir kaputt. Das hat ja keinen Wert. So. 63. Wie weit muss ich fahren? 51. Ach, der fährt einfach durch Gegenstände durch. Ist okay. So. Bitteschön. 74%. Okay. 20. Du hast nur noch 12, ja? Ist okay. Dann nimmst du den hier. 34. Das ist okay. Dann kannst du nämlich mit der Salve schießen. 29. Das ist ja doof. Weißt du was? Ah, ich kann nicht. 34, 34, 34. Na super. Geil. Guck mal. Seht ihr, wie das Wasser rausläuft? Ey, das finde ich ja urig. So. Das sind die hier. So. Dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen jetzt hier alle mit den Leuten hier hin. 30. 7. Der kann aktuell nicht. Ist okay. Aber du gehst in Deckung. So. Du Fumper. Der Fumper geht mal. Wie weit hat der denn? Der hat nicht weit. Okay, da geht der hier hin. Der hätte auch rein theoretisch hochgehen können. Hätte, hätte. Fahrradkette. So. Ach, weißt du was? Gehst du hier hin? Ist okay. So. Der hat noch 6 Stück. Ähm. Du gehst bitte in die Richtung. Ich will wissen, ob da was kommt. So. Der hat 47, 65, 55. Also. Du gehst. Hier hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Das ist vielleicht relativ dumm gewesen gerade. Definitiv dumm gewesen. Wie viel hat der noch? 13. Das ist, äh, 9. Warte mal. Hier. 9. 17. Der kann. Ein Feldlauf. Wobei der. Pass auf. Ich geh jetzt noch 1, 2 davor. 4. Warte mal. 1. Genau so. Okay. Dann haben wir das. Mehr habe ich aktuell nicht. Der kann darüber jetzt nicht schießen. Das ist nämlich gut. Dann ist der nämlich hier gedeckt. Okay. Nächste Runde würde ich sagen. Ja. Runde beenden. Ah, sehr schön. So, Kollege. Du darfst einmal hier. Hoppala. Wer macht sowas, hä? Huch. Okay. So, du bleibst da. Du gehst hier in Deckung. Okay. So, die Frage. Ich müsste hier hoch aufs Dach wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich geh mit dem hier hier hin. Okay. So sieht's aus. So, der guckt da hin. Wie weit kann der laufen? Dann würde ich sagen, wir machen da hin. Und der guckt in die Richtung. Genau. Dann haben wir die Seite abgedeckt. Die Seite haben wir gedeckt. Der guckt da hin. Der guckt in die Richtung. Und dann würde ich sagen. Halt, wie weit kann der? 23. Noch 16. Perfekt. Ab in Deckung. 19. Okay, gut. Sehr schön. Meine Freunde. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. So, mit der muss ich noch irgendwie hin, dass es irgendwie passt. Die sieht da drüben hin. Komm her, geh runter. Komm, macht keinen Sinn. Weil du gehst mir kaputt. 23. 3. Da läufst du hin. Komm. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich definitiv nicht verlieren. Es reicht. Genau. So. An der Stelle würde ich sagen, springe ich in die nächste Folge. Wenn's euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Bis demnächst. Tschüss.